Äh, hi, willkommen zurück, Yu-Gi-Oh World Championship 2007. Ich habe, bevor ich das Video angefangen habe, den Akku aufgeladen, von meinem 3DS. Dementsprechend, äh, ich bin so dermaßen bereit, ihr habt absolut keine Ahnung. Moment, machen wir am besten weiter. Hm, wir haben gegen Hades verloren. Ich würde fast sagen, wir kämpfen nochmal. Wollte ich zuletzt gegen den antiken Antrieb kämpfen? Ich weiß es nicht mehr, aber wir werden sehen, was passiert. Denn ansonsten, ist mein Plan immer noch auf die, war mein Plan, auf die Wunderfusion zu sparen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube aber ja, ich meine, ich hatte zuletzt, was ist, wann habe ich die Karte im Deck? Ist das ein altes Deck? Wann mache ich dieses eine Begräbnis-Dingens? Ich meine, es ist eine akzeptable Karte, aber ist die wirklich im Deck? Ich kann mich absolut nicht mehr daran erinnern. So, dann, hm, hm, was machen wir am besten? Äh, wen will ich mir am besten zulegen? Ich denke, ich höre mir einen Sparkman für den Fall der Fälle. Ansonsten werden wir einfach mal etwas ausharren und sehen, wie die Situation sich entwickeln wird. Ich meine, ich habe genug Karten, mich zu verteidigen für den Fall der Fälle. So, ich höre noch die. Und die. Und dann hoffe ich einfach mal, dass der, der, der gute, ähm, das ist sein Name. Antik, das ist der antike Antriebsungeheuer. Das ist irgendein Monster, ähm, oh Gott. Zwei Stück, das ist irgendein Monster, der vernichten wird. Beziehungsweise als die Wut anbieten, damit ich sie direkt zerstören kann, was da nicht passiert ist. Oh, die sind beide stärker. Hm. Hm. Ich will fast sagen, wir spielen war Boku und hoffen, dass das mich, äh, vor beiden schützt. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber es sollte passen. Die Sache ist nämlich, dass der andere Immun gegen Zauber und Fallen Karten in der, ähm, Battle Phase ist. Aber es scheint hingehauen zu haben, weil es wohl im Damage Step war oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Das ist das, das ist genau die Karte, die ich haben wollte. Oh yes. Und ja, was ja, Leute auch angemerkt haben, ich sollte auf jeden Fall schauen, dass ich mir den zweiten glänzenden Flügelmann zulege. Ich stimme zu, zu 100%. Oh mein Gott, ein zweiter glänzender Flügelmann würde so viel bringen, aber eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Versuchen wir erstmal eine weitere Wunderfusion zu kommen, um, äh, eventuell dann im Laufe des Spiels, mhm, äh, der ist so stark, äh, um im Laufe des Spiels dann ein bisschen besser zurecht zu kommen, indem ich, äh, mehr meine Fusionsmonster spielen kann, denn wir sollten auch ein bisschen daran arbeiten. Ich überlege übrigens, ob ich, äh, demnächst dann mal ein paar Duelle Offscreen machen will. Ich will neue Gegner freischalten, damit ich ein paar Punkte farmen kann, denn ich habe das Gefühl, dass wir keine, oh, wie viel Verteilung hat er? 1600! Ich habe das Gefühl, dass wir keine, äh, komplett verkehrte Idee, ehrlich gesagt, aber wir werden sehen. Da meine ich, ich werde das sehr wahrscheinlich machen. Ich meine, ich muss jeden Gegner fünfmal bis sie um den nächsten freizuschalten, und das ist definitiv zu viel. Oh, an den Typ erinnere ich mich mit dem Baumstamm. Den habe ich auch unglaublich gern in meinem Deck gespielt. Der antike Antriebs-Grolem. Oh oh. Au. Oh, keine Zauber- und Fallen-Karten, während er angreift. Aber gut, wir werden ihn nächste Runde noch zerstören. Die Frage ist natürlich, wie will ich ihn zerstören? Will ich ihn im Kampf zerstören? Oh, hallo. Will ich ihn im Kampf zerstören mit einer Zauberkarte? Ich will nämlich fast behaupten, oh, wir werden ihn zerstören mit der Zauberkarte. Ich bin absolut nicht stark genug. Er hat 3500 Angriffspunkte, weil er die Spielfeld-Zauberkarte da liegt. Ups. Damit war ich nicht vertraut. Ich muss sagen, ich bin bisher noch ziemlich gut dabei, wenn es darum geht, den antiken Antriebs-Grolem zu vernichten. Uuh. Denn an sich ist er eine wirklich spukige Karte. Und tatsächlich relativ teuer als Tiger, um ihn so zu kaufen. So am Rande. Ich glaube, er müsste aus den GX-Sets an sich stamm... Hmm... Au. Also, leichter mein Leben und gemein. Genau, ich meine, ein bisschen aus dem GX-Set noch direkt stammend, der antike Antriebs-Grolem und... Dann zahlt ich mich aber jetzt 30 Euro oder so dafür. Das ist ein bisschen viel. Aber irgendwann werde ich mir noch ein Zulegen. Was machst du da gerade alles? Du nimmst ihn zurück auf die Hand. Das ist okay. Ich habe absolut kein Problem, denn ich habe vor zu gewinnen. Auch wenn ich nicht ziehen kann. Aber ich denke, damit werden wir klarkommen. Also, wir könnten alles Mögliche machen. Aber ich würde fast sagen... Ich spiele für den Fall der Fälle noch... Äh... Mal eben meinen Spark-Man. Damit wir für den Fall der Fälle nochmal angreifen können. Und dann werden wir dieses Zule einfach gewinnen. Und ich glaube, ich sollte noch eine Kleinigkeit an meinem Deck umändern. Denn um mein Problem zu verhindern, dass ich oftmals viel zu schwach bin für die Gegner, um sie zu besiegen. Zum Beispiel, wenn Gegner-Monster mit 2.400 Angriffspunkten oder mehr spielt. Dass ich schlicht und greife nur eine Karte habe, die dagegen was machen kann. Hey! 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 Das ist nicht cool. Ich werde meine Karte erstellen. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Auf jeden Fall. Und dazu verhindern sollte ich eine Elementarheldenstadt öfter im Deck spielen. Denn sie erhöht, wenn man angreift, die Angriffspunkte bei einem Monster um 1000 Punkte. Und das würde ungemein weiterhelfen. Das meinte ich mir in den Kommentaren. Und ich muss sagen, ja... Ja, das ist ziemlich wahr. Das würde ziemlich viel dabei helfen. Ich habe die nur einmal im Deck, den Wolkenkratzer. Ich brauche definitiv mehr Wolkenkratzer. Ich habe Wolkenkratzer genau dreimal. Oh, das wird mein Leben erleichtern. Moment, warte. Wo bin ich gerade? Das ist mein Deck. So, welche Karten kicken wir? Ich würde fast sagen, wir werden die Karte kicken, wenn wir schon drei andere Spielfeld-Zauberkarten haben. Dann bin ich wirklich allzu viel Bedürfnis danach. Und ansonsten... Das schweigsame Magier ist leider nicht allzu hilfreich für das Deck. Okay. Und dann sind wir bereit. Kleinigkeit überarbeitet. Und, äh, nicht herausfordernd. Lass mich ein freies Zuell machen. Wen wollen wir nochmal besiegen? Hm. Wie war es mit ihm? Frostsaurier. Jetzt, wo ich die Karte gespielt habe, bin ich bereit zu beweisen, dass ich damit in der Lage bin. Wir nehmen die Schere. Oh, die Schere hat es wieder mal geschafft. Bin ich bereit zu beweisen, dass ich in der Lage bin, diesen Typ mit seinem Beatstick-Deck auszuschalten. Wobei ich das Gefühl habe, ich muss bei ihm auf relativ viel Glück hoffen. Oh. Oh, da ist der Wolkenkratzer. Oh, das ist der Stoff, von dem ich rede. Sehr. Sie spielt zuerst Monster in Verteidigungsposition. Das könnte unvorteilhaft sein. Unter Umständen. Da ist der MST. Sehr schön. Und damit hat sich meine Spielfeld-Zauberkarte soweit direkt erledigt. Aber wir haben eine Menge, um die gegnerischen Monster direkt auszuschalten. Erstmal werde ich mal meine Fusionen holen, die ich zwar nicht spielen kann, aber ich meine natürlich Polymerisation. Also die kann nicht schaden. Ich bin mit die verdeckt. Pfeilgrube. Sehr gut, um direkt ein Gegner loszuwerden. Und der Menschenfresserkäfer, er wird den Rest erledigen. Das sollte uns erstmal dabei helfen, die gegnerischen Monster ziemlich gut auszudünnen. Mit Pfeilgrube und Menschenfresserkäfer. Oh, die Elfen-Zwillinge. Ich würde sagen, das ist direkt eine Pfeilgrubensituation für mich, ehrlich gesagt. Weg. Er flippt den Riesenstein-Soldat. Das dachte ich mir nicht, sagt der Soldat. Ich dachte mir schon, da liegt irgendein Monster mit 2000 Verteidigung, sonst würde er es nicht in Verteidigungsposition spielen. Und wir zerstören ihn. Ich würde sagen, dass... Das war eine Runde, sagt er, die eben nicht viel übrig gelassen hat. Zwangsevakuierungsgerät. Das ist ziemlich fantastisch. Das bedeutet nämlich, wir können Best-Hinder-Tricks spielen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil sie ja nicht so direkt eingegriffen werden könnte. Nein, nein, nein. Wir haben das Zwangsevakuierungsgerät. Ich kann das Monster ihm direkt wieder zurück auf die Hand geben. Zeig, was du drauf hast, mein Freund. Zeig, was du drauf hast. Schriek! Oh, der mechanische Jäger. Den hatte ich damals auch mal. Den fand ich auch super cool. Ich meine, 1850 Angriffspunkte ist eine gute Karte. Das war zu einer Zeit, als das noch was Besonderes war, wenn Monster so viele Angriffspunkte hatte. 1800 war der Standard und dann alles, was darüber ging, das war was Besonderes. Das ist jetzt besonders fürchterlich, ehrlich gesagt. Ausrechnet zweimal Best-Hinder-Tricks. Du willst bitte keine Karte vom Friedhof. Und erst recht keine mit 1900 Angriffspunkten. Ich weiß, dass ich eine Inventar in der nächsten Runde verlieren werde. Durch die mechanischen Jäger mit 1850 Angriffspunkten. Aber so, dann können wir noch warten. Und Angriff. 1200. Das ist ziemlich toll. Ich habe die Polymerisation, aber wir fehlen einfach die anderen Monster, um es durchzuziehen. Die Fusion, versteht ihr? Das ist problematisch. Und da ist der mechanische Jäger. Es war absolut abzusehen, dass genau das passieren wird. Aber ich habe ihm bisher noch mehr Lebenspunkte Schaden zugefügt, als er mir. Das ist ganz nett. Oh, Sparkman. Sparkman bringt mir, glaube ich, nichts. Hm. Er bringt mir in der Tat nichts. 2000 Life Points und diese Karte aufs Spielfeld liegt, werden alle die Effekte, alle offenen Effekt-Monsters aufs Spielfeld annulliert. Ähm. Ich würde gerne Sparkman spielen, allerdings habe ich das Gefühl, ich würde ihn noch lieber behalten. Und eventuell haben wir ein großes Problem. Eventuell werde ich gleich verloren haben, wenn ich nicht in der Lage bin, irgendwie noch eine Fusion zu spielen. Und es sieht gerade nicht danach aus. Und mein Clayman würde auch helfen mit seinen Zweitensverteilungspunkten. Aber wir brauchen irgendwas. Wir brauchen irgendwas. Das ist nicht das, was ich gesucht habe, aber dafür können wir mit ihm eine Karte wieder zurückholen. Oh Gott. Das wäre alles nicht passiert, wenn er meine dumme Stadt nicht zerstört hätte. Meinen guten Wolkenkratzer. Wenn der noch im Spiel wäre, hätten wir absolut kein Problem. Warum funktioniert der Hund nicht? Kann ich damit nur eine Polymerisation zurückholen? Aber ich glaube, ich kann damit Karten zurückholen, die als Funktionsmaterial verwendet wurden oder sowas. Ich werde den Hund eigentlich auch mal wieder kicken. Er ist ja echt gar nicht mal so gut. Apropos gar nicht mal so gut. Ähm. Das ist gar nicht mal so gut. Yeah, wir haben sowas von verloren. Wenn diese Karte als Ergebnis als Kampf zerstört auf den Friedhof gelegt wird, füge eine Karte, der den Namen eventiert, enthält und eine Polymerisation von deinem Friedhof deiner Hand hinzu. Das mit und ist gemeint, dass ich beides dafür brauche, nehme ich an. Ja, es ist, äh. Ich kann nicht mal einzelner Monster besiegen. Wir haben sowas von verloren. Ha. Ich war nicht bewusst, dass es passieren kann. Ich habe mein Glück herausgefordert. Oh, 2600 Angriffspunkte für 6 Sterne. Das ist gefährlich. Ah, ich erinnere mich noch daran. 2500 Angriffspunkte für 6 Sterne. Das war für die längste Zeit der goldene Standard. Und tatsächlich kam dieser goldene Standard direkt im zweiten Booster-Fekt mit dem herbeigerufenen Totenkopf zustande. Aber er war dafür auch wirklich gut für wirklich lange Zeit. Dann kam dieser komische Dinosaurier mit seinen 2600. Dann kam noch so ein anderer komischer Drache, der 4 Sterne und 2000 Angriffspunkte hat. Da wurde alles, da wurde alles, da wurde alles, äh, selbst außer Kontrolle geraten. Ähm, wir haben gegen sie beim letzten Mal gekämpft. Machen wir das doch nochmal. Wie ist es damit? Und der Stein wird uns zum Sieg ver... Der Stein hat mich im Stich gelassen. Er hat mir nicht zum Sieg verholfen. Das ist beschämend. Ich will sagen, danach machen wir dann direkt noch ein paar Duell-Rätsel. Ich denke, das ist eine Sache, welche, äh, ganz gut Abwechslung das Ganze reinbringt. Wenn wir zwischen den ganzen, äh, tatsächlichen Duellen und dann Duell-Rätseln und herwechseln. Und ich würde auch unglaublich gern ein paar von den limitierten Duellen machen. Jedoch, äh, fehlen mir dafür viele Karten. Warum? Was ist, was ist aktuell los? Ich packe mir Wolkenkratzer ins Deck und ihr habt alle MST, um mein Wolkenkratzer damit loszuwerden, oder was? Ist das euer Ernst? Wir haben fertig jetzt von uns in der Verteilungsposition. Decke es auf und falls... Oh, okay. Hm, denn dafür werden wir bestimmt eins finden, das ich dafür anbieten wird. Ich meine nicht das, was hier gerade liegt. Denn das werde ich so angreifen. Ja, ach, 1100. Warum war ich der Meinung, dass da ein Monster liegt, das, äh, weniger... Das, äh, nicht defensiv ausgelegt ist. Das war dumm. Die lekannte Wohltäterin scheint auch jeder in seinem Deck zu haben. Außer mir. Hm. Kann ich mit die Säurefallgrube spielen? Dankeschön. Äh, ich würde gern das hier wählen. Oh. Weniger 2000 Verteilungspunkte. Tut mir leid. Es ist an der Zeit, für ihn zu gehen. Willkommen mit den Elementarhelden? Nein. Ja, das ist nicht nett. Au. Dann spiel ich das und wahrscheinlich den komischen Hund. Ich bräuchte, ich bräuchte entweder... Nein, Moment, ich kann nicht mit zwei Königen des Sumpfes was fusionieren. Ich brauche jeden Elementarhelden. Und dann können wir was Vernünftiges machen. Aber dafür muss der irgendwo auftauchen. Greifst du gerade mit deinem dummen... Oh, der hat 1600... Was? Oh, ein bisschen Patschi. So eine gute Karte. Mein Gott. Habt ihr das gesehen? 1000 Verteilung und 1600 Angriff. Das ist sehr universell einsetzbar. Hm. Pass auf. Wir machen folgendes. Wir werden die beiden jetzt so oder so verlieren. Das heißt, ich werde mir zwei Polymerisationen aus ihnen geben lassen. Ich meine, sie landen so oder so auf dem Friedhof und wir müssen den... ...zuren Freund hier spielen. Ich hab seinen Namen vergessen. Wer bist du? Verwandlungsgrub. Wir müssen den Verwandlungsgrub spielen. Und dann bekomme ich direkt fünf neue Karten. Der Verwandlungsgrub ist alles, was ich an Drawing Power in meinem Deck hab. Ah, das gefällt mir. Das sind ein bisschen viele Gegner gerade. Hm. Oh, und er stirbt direkt nach dem ersten Angriff. Das heißt, wir werden etwas sehr Schaden nehmen. Aber dafür... Wolkenkratzer und zweimal Sparkman. Zweimal Sparkman? Das reicht nicht für eine Fusion. Oh Gott. Au. Könnt ihr mich jetzt Ali direkt... Warum könnt ihr mich Ali direkt angreifen? Warum kommt der Flammenmann nochmal? Angreifen? Habe ich mir irgendwas verpasst oder so? Ich bin auf jeden Fall so gut wie tot. Das ist sehr erfreulich. Noch eine Polymerisation. Das ist sehr nicht erfreulich. Ehrlich gesagt. So, wir spielen das. Das bringt alles nichts. Spiel mit den Fusionsweisen. Okay, keine Polymerisation mehr am Deck. Das ist okay. 1100, 1600, 1400. Das heißt, wenn wir den 1600er ausschalten, sollte ich... Nein, ich spiele sie. Sie kann nämlich auch ohne die Karte direkt genug Schaden austeilen. Und das Gefühl sollte erstmal wichtig sein, dass meine Monster irgendwie am Leben bleiben. Und dementsprechend weiß ich, ob irgendwas schief geht. Wenn er vielleicht nächste Runde da mein Monster angreift mit irgendwas, das über 1600 Angriffspunkte hat, dann könnte ich gewaltige Probleme bekommen. Ich bin nämlich ungefähr ein Angriff davon entfernt zu sterben. Ja, das ist ein Problem. Ah, ich glaube, ich habe verloren. Oh, das läuft aktuell fürchterlich. Ja, ich bin schon wieder raus. Ach, komm schon. Oh nein, Moment, ich kann das spielen. Oh, ich kann das spielen. Oh, wir leben. Ich möchte... Oh mein Gott, gib mir einen Clayman in Verteilungsposition. Das ist das Wichtigste. Der kann erstmal noch ein bisschen überleben. Wir sind zurück. Wir sind zurück im Spiel. Yeah. Halt dich besser zurück. Wieder von Firemonster auf dein Spielfeld seid jetzt geboot und füge den Life-Ponson als Gegners Schaden in Höhe der Grundartikaden zu. Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Ich opfere 1000 Lebenspunkte, damit du mir keine 1400 Lebenspunkte Schaden zufügst. Oh, noch 200. Ich muss sagen, egal was passiert, das dürfte ein bisschen knapp werden. Ich denke, ich lehne mich dabei nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich das sage. So, ihr beiden fusioniert zum Donnergigant. Angriffsposition. Wir wollen den Effekt der Karte aktivieren. Wir wollen Avian ablegen. Er legt in Angriffsposition. Sehe ich das richtig? Holzkohle und Patschi in Angriffsposition. Ja, wir zerstören ihn. Die Frage ist, wer ist es das Risiko wert, oh Gott, wie heißt der? Was ist sein Name? Sparkman zu spielen. Ich sage, ja, es ist wert. Also, wir greifen hier ihn an, damit wir direkt 2300 Punkte Schaden machen und Sparkman wird sich dann um mein ehemaliges Monster kümmern, damit er den Bonus von 1000 Angriffspunkten wegen Wolkenkratzer bekommt, damit wir noch ein paar extra Lebenspunkte in Schaden zufügen können. Yeah. Okay, und dann hoffen wir einfach mal, dass sie keine allzu fürchterliche Karte spielt, denn dann könnten wir das Ganze noch gewinnen. 1.850. 1.850! Nein! Der brennende Enpachi! Heute ist der Enpachi-Tag. Oh, das war fürchterlich. Hm. Da war ich mir so sicher, dass ich das Ganze noch rumreißen kann und dann ist alles schief gegangen. Lass mich ein Duell-Rätsel machen. Oh. Ich meine natürlich ein Duell-Puzzle. Dann verliere ich vielleicht nicht die ganze Zeit. Tödlicher Treffer. Schreibt man tödlich, nicht mit dem D. Oder kann man beides machen? Ich hab keine Ahnung. Gewinn in diesem Spielzug. Okay. Ähm. Der ist schon wieder ein Enpachi. Was ist heute mit diesen Enpachis los? Der Holzborg Enpachi. Äh, Reflektor Lumpf. Wenn sie diese Karte in Eingriffsposition befindet und von einem Monster auf der Spielfeldzeit, der ins Gegner eingeriffen wird, füge die Life-Karte des Gegners Schaden in Höhe der Artikel des angreifenden Monsters zu. Okay, das ist unvorteilhaft für mich. Äh, indem du diese Karte von deinem Hand auf den Friedhof abwürst, annuliere einen Kampf mit einem Cyber-Oga auf deiner Spielfeldseite und der hält bis zum Ende... Nimm diese Karte von... Nimm diese Karte von... ausgerüstet ist, kann zweimal in der gleichen Battle-Face angreifen. Müssen auf jeden Fall die Schwerkraftbindung loswerden, weil damit meine Monsters nicht angreifen können. Ö, dann läuft man zum 1.000 Punkte, wenn dieses Monster erfolgreich ist, nochmal... Hä, hä, schauen wird... Wenn diese Karte zerstört auf den Friedhof gelegt wird, erhältst du 2.000 Punkte Schaden. Hm. Hm. Ich würde sagen... Wie viel Schaden hat der in... Wie viel Angriff hat der in Pachi? 500, okay. Pass auf. Machen das. Und dann zerstören wir den ersten Reflektor-Lumpen. Das bisschen wehtut, aber das ist okay. Dafür sind wir hier. Wir leben das Leben. Dann spielen wir den schweren Sturm, bevor irgendwas schief geht. Und damit geht der eine Typ wieder an seinen ursprünglichen Besitzer zurück. So, dann... Oh, warte, das war dumm. Ich hätte ihn als Tribut anbieten sollen. Da. Wir werden sehen. Ja, aha. Ah ja, damit kann irgendein Monster dann zweimal angreifen, was interessant wäre. Wir spielen die, äh... Ehrung der Verdammten. Und wir legen, ehrlich gesagt, ihn ab. Und dafür zerstören wir ebenfalls den, äh... Reflektor-Lumpen. Damit nicht irgendwas schief geht. So, dann... Aktivieren wir den Effekt dieser Karte. Erhöhen die Angriffspunkte meines Monsters um 2000 Punkte. Und es Cyber-Ogas. Ah, ich muss die Karte ablegen, damit er zweimal angreifen kann. Könnte das trotzdem reichen? Das könnte trotzdem vielleicht reichen, ehrlich gesagt. Greifen wir hier an. Hä? Was denn? Warum kann ich nicht angreifen? Hä? Was ist passiert? Warum ist mein Angriff anoliert worden? Kannst du diesen Faktor in den Spielzug... Hä? Warum? Warum? Warum kann ich jetzt nicht angreifen? Ähm... Ich fürchte, das habe ich nicht ganz verstanden. Ehrlich gesagt. Ähm... Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Gewinnen diesen Spielzug. So, was, wenn ich euch beide direkt als Tribut anbiete, um, äh... meine Elementarheld, äh... Blade Edge zu bekommen. Welche ich übrigens auch unglaublich gerne in meinem Deck hätte. Aber ich kann ihn noch nicht bekommen. Okay, kein Spielern nimmt Schaden dadurch. So, dann... Hm... Spielen wir ganz offensichtlich das, würde ich sagen. Und wir, äh... zerstören den ersten Reflektor-Lumpen und wir beide bekommen 1700 Punkte Schaden. Urrrr... Dann spüren wir die Ehrung der Verdammten. Wir legen dafür... Ich kann so oder so... Hm... Ich kann das mit dir zweimal angreifen. So oder so nicht machen. Das ist ziemlich unvorteilhaft. Und so mache ich zu wenig Schaden. Ja, dann einen schweren Sturm. Ich kann dann... Ah... Mir fehlt noch was. Die gute Blade Edge hat den Effekt, dass er jeden Gegner angreifen kann. Das war... Das war komplett falsch. Ha! Da war aber kein Gegner mehr übrig, um ihn anzugreifen. Wenn ich den Reflektor-Lumpen angegriffen hätte, hätte ich zu viel Schaden genommen. Das ist auch nicht wirklich eine Option. Also gut, wir holen uns zuerst die 2000 Angriffspunkte Bonus auf ihn. Ja, ich möchte der Kette keine Karte hinzufügen. Dann hole ich das, damit er zweimal angreifen kann. Dafür legen wir ihn auf den Friedhof. Und wir geben ihm die Möglichkeit. 3400 Angriffspunkte, aber er kann zweimal angreifen. Nein, das war ein Fehler. Und jetzt muss ich den schweren Sturm... Nein, ich habe den schweren Sturm vergessen! Ah! Falsche Reihenfolge! Fangen wir an das an. Wir fangen damit an. Wir wollen die Karte auf jeden Fall spielen, um uns beiden etwas Schaden zuzufügen. Machen wir uns an der ist ja nichts vor. Gute Karte. Dann spielen wir den schweren Sturm. Und zerstören alles und er bekommt sein Monster wieder zurück. Dann aktivieren wir seinen Effekt, um den Angriff von meinem Monster 2000 Punkte zu erhöhen. Yeah! So, dann spielen wir die Karte. Damit er zweimal angreifen kann und wir legen keine Ahnung das weg. Weiß nicht, ob es wirklich einen Unterschied macht, was ich dafür weglege. Und dann greifen wir an und sehen, was passiert. Zuerst der Gute in Patschi. Warum kann er nicht angreifen? Warte, was? Warum wird der erste Angriff immer ungültig gemacht? Hä? Wer annulliert den ersten Angriff? Oh, ist es wegen dem, indem du diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof abwirfst, annulliere einen Kampf mit einem Cyber-Ogre auf deiner Spielfeldseite. Das ist so ein seltsam formulierter Effekt. Was? Wie seltsam kann man den Effekt formulieren? Kampf schon. Wir werden sie beide als Tribute anbieten für Blade Edge an der Stelle, bevor wir irgendwas anderes machen. So, dann Blade Edge kann alle angreifen. Ich weiß nicht ganz, was ich mit allen den Karten jetzt noch machen soll, an der Stelle, ehrlich gesagt. Damit würde ich uns 1.700 Schaden zufügen. Das ist auch nicht akzeptabel. Dann machen wir das, damit er zweimal angreifen. Das ist viel zu wenig Schaden. Blade Edge wird viel zu wenig Schaden auszahlen. Es bringt mir das zweimal angreifen überhaupt, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. Es bringt mir überhaupt nichts. Ah, Gott. Ähm. Wer greift denn den Pachi an? 1600 Schaden? Das ist so dermaßen viel zu wenig. Es wird nicht mal reichen, wenn ich die beiden besiegen könnte. Okay, ich nehme den Schaden bevor ich angreife. Ich denke, ich will auf jeden Fall versuchen, auf den einen starken Angriff zu gehen. Indem ich 3100 Angriffspunkte habe. was, wenn ich die Karte einfach zerstören würde mit dem. Dann würden wir beide 1.000 Schaden nehmen. Und er nimmt noch zusätzlich auch. Jetzt hat er den Schaden auch genommen. Warum hat er den sonst nicht genommen, wenn ich den gekillt habe? Ich meine, das dürfte an dem Punkt relativ einfach zu schaffen sein. Dann legen wir das weg. Und wir rüsten ihn aus und damit einen Angriff annulliert. Und dann greifen wir den Pachi an. Das ist seltsames Rätsel. Zuerst hat es so gewirkt, als ob es wirklich kompliziert wäre. dann ist nicht mal knapp vom Schaden her. Ich mache ihm viel mehr Schaden als ich eigentlich sollte. Die 2000 Lebenspunkte. Die wurden im letzten Fall sich gekillt habe, aber die hat niemand genommen als Schaden. Das ist das Schlimmste daran. Machen wir ein richtiges Duell noch. Ich brauche eine kurze Pause davon. Dieses Duell Rätsel war zu viel für mich. Kämpfen wir gegen Hades. Ich will den Revolk Hades. Krümmend in der Finsternis. Wir werden sehen, wer krümmend in der Finsternis sein wird mein Freund. Ich hoffe du. Ehrlich gesagt. Wir werden sehr ungern krümmend in der Finsternis. Das klingt sehr unbehaglich. Er wird also Lebenspunkte regenerieren. Die Karte habe ich damals auch gerne gespielt. Ich sammeln sich einige Lebenspunkte an. Wie auch bei ihm jetzt gerade. Ich mag es wie freudig er aussieht. So dann wir behalten das Ganze mal im Auge und hoffen dass ich irgendeinen Elementar Held ziehe. Im Idealfall Spark werden damit wir direkt auf den glänzenden Flügelmann gehen können. Oh Monsterspiel Marken und mehr Lebenspunkte. Oh und der kleine Was macht er hier? Wir behalten das Ganze im Auge. Eine Kuribu Spielmarke. Mehrere Kuribu Spielmarken. Ich möchte erst mal den Effekt von diesem Monster lesen. Diese Karte kann nicht angegriffen werden. Wenn sich ein anderes Monster auf der Spielfeld befindet. Oh und es bekommt pro Unterweltler Monster 1000 Angriffspunkte. Wie wäre es wenn du den einfach direkt entfernen? Wenn wir ihn direkt loswerden. Ich habe das Gefühl niemand will ihn wirklich sehen. Ich kann keine Karte ziehen aber das ist okay. Das war es absolut wert ehrlich gesagt. Null Angriffspunkte. meine ist nicht unbedingt mein Stil das so zu machen aber ich schätze ich werde mal mit dem Hund direkt angreifen beziehungsweise ist es quasi ein direkter Angriff an dem Oh das ist der Metallschleim beziehungsweise so ein Metallschleim äh Dingens dementsprechend war es eigentlich jetzt gut dass ich 800 Angriffspunkte angegriffen habe um meinen Schaden etwas zu minimieren und damit kommen wieder Lebenspunkte dieser Hades ich hatte das Gefühl bei den letzten paar Duellen war so ein Deck irgendwie etwas ich will nicht sagen Receiver aber es war irgendwie gefühlt anders ich brauche irgendeinen Mentarhelden ich kann so nichts machen ich kann so nicht arbeiten ich meine wir können die Kuribus weiter angreifen aber ab irgendeinem Punkt wird jemand noch irgendwas anderes machen müssen einer von uns beiden ich kann leider nichts machen wenn ich Kandementarhelden habe ich bräuchte eh eiliger Notruf das wäre der Stopp oh oh jetzt wird es gefährlich ich werde jetzt von Kuribus direkt angegriffen aber immerhin verschafft es mir die Gelegenheit direkt ein bisschen Schaden auszuteilen wenn ich irgendeinen Monster ziehe denn diese Kuribus Angriffsposition die sind nicht bereit irgendwelchen Widerstand gegen irgendjemanden zu leisten erst recht ich mit der Achse der Verzweiflung ich ziehe einfach ein Monster naja ich weiß ich hatte den König des Sumpfes aber ich weigere mich ich kann ihn nicht einfach so spielen versteht ja der Typ ehrlich gesagt das ist glaube ich sinnvoller wenn ich den Riesenkeim ausschalte wenn wir beide ein bisschen Schaden nehmen der Riesenkeim hat zwar nicht mehr Angriffspunkte aber für jeden zerstörten Riesenkeim nehme ich 1000 Punkte Schaden und der wird die ganze Zeit dann noch mehr Monster holen dementsprechend Riesenkeim loswerden nicht die verkehrteste Idee wow diese duelle heute laufen auch wirklich miserabel ein avian das ist das ist genug das ist alles was ich brauche Zeit für einen Flammflügel Mann dann können wir uns noch einen zweit mit der Dingensposition wenn ich drüber nachdenke ich glaube ich werde einfach die Axt der Verzweiflung spielen Angriffsposition naja nimm die 500 Lebenspunkte erfreue dich an ihnen wir machen das wir spielen direkt nochmal in der Wunderfusion und wir holen uns glänzenden Flügel Mann das war dumm ich hätte nicht zwei Karten aufs Spielfeld holen sollen der glänzende Flügel Mann wird absolut keine Vorteile haben ich habe nicht drüber nachgedacht dass ich dafür eine Karte vom Spielfeld verwenden muss das war sehr dumm ehrlich gesagt aber egal erfreue dich an ihn solange du noch kannst er hat jetzt 11.000 Lebenspunkte das ist ein bisschen zu viel das gut ehrlich gesagt ja ok dann würde ich sagen 3800 Angriffspunkte los geht's im Effekt von welcher Karte hätte ich jetzt eigentlich noch aktivieren können und da kommt mein Effekt was setzt du davon oh ich kann Monsters im Friedhof holen oh Avian Avian gehört nicht zu den Monstern die ich gerne gesehen hätte ehrlich gesagt ich dachte mir gerade voller Vorfreude oh was ist denn das für ein Monster das sich noch in meinem Friedhof befindet dann ist es Avian so ein Schwachsinn oh wirklich du willst das nicht die Axt der Verzweiflung das ist eine interessante Entscheidung ich weiß nicht hinterfragen ich weiß das einfach zu schätzen okay nicht die Axt der Verzweiflung sondern das ich weiß nicht ob es an dem Fall noch einen Unterschied machen würde denn ich habe das Gefühl er wird nicht ganz in der Lage sein so oder so mit meinem Flammflügelmann fertig zu werden glänzenden Endface okay das könnte ein geschmeidiger Sieg für uns werden an der Stelle so einfach angreifen er darf zu nichts kommen wir haben seine Taktik ruiniert indem ich seinen einen Unterweltler zerstört habe und jetzt ist Hades ein niemand mehr er hatte 10.000 Lebenspunkte und gleich werde es null sein Endface Das ist ehrlich gesagt ziemlich unangenehm dieser Metall Schleim Nein ich will den Effekt nicht aktivieren dieser Schleim ist ein Problem ich würde sagen wir greifen erstmal das was auch immer hier liegt es ist die Maske der Finsternis willst du Fallen Karte zurück holen 900 Punkte Schaden ja okay dann würde ich sagen wir müssen leider auch ein bisschen Schaden nehmen weiter zu machen 1500 um genau zu sein dieses Duell wurde jetzt noch unerwartet knapp ehrlich gesagt ich meine noch kann ich verlieren sollte mir auch nicht ausschließen an der Stelle es ist unwahrscheinlich aber es könnte passieren spielen wir noch für den Fall der Fälle den Wolkenkratzer auch wenn ich nicht denke dass irgendwas ändern wird aber es kann nicht schaden es kann in der Tat schon schaden weil ich ihn damit stärker mache und der direkte Angriff damit haben wir gewonnen wie viel würde eigentlich ein glänzer flügelmann kostet kaufen will bestimmt auch relativ teuer bestimmt auch 1500 punkte oder so aber hey 1422 ich habe ein bisschen was angespart und ich würde sagen bis zum nächsten mal werde ich soweit einige kämpfe vorbereiten damit wir uns wenn wir relativ nah dabei sind neue gegner freizuschalten und ja dann sollte ich auch eine menge geld haben das heißt ich kann mein deck auch ein gutes stück verändern und es wird gut laufen ich hoffe ihr seid bereit dafür ansonsten würde ich sagen vielen Dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal und gute nacht